Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Guide von Lords of the Fallen, denn die Entwickler haben uns zu Weihnachten wieder drei schöne neue Quests geschenkt und da schnappen wir uns heute zum ersten Mal die Umbral Armor, also die neue Rüstung, davon gibt es insgesamt drei, deswegen lasst unbedingt mal ein Däumchen hoch oder auch ein Abo da, denn die zwei anderen Rüstungen machen wir in den nächsten Videos, lohnt sich also unbedingt und da starten wir direkt durch. Eine Geste braucht ihr hier für diese Quest, die in den Tiefen stattfindet und das ist die Geste der Mutter, Umarmung der Mutter, die müssen wir einmal haben und entsprechend ausrüsten, denn die müssen wir gleich ausführen. Wie gesagt, klickt auch gerne das Glöckchen, dann werdet ihr sofort darüber informiert, wenn die neue Quest online geht, das wird heute noch sein, lohnt sich also auf jeden Fall. Die erste Quest findet, wie gesagt, in den Tiefen statt, am besten ist es aber, wenn ihr vom Lastenaufzug aus startet, da geht es nämlich dann am leichtesten und da könnt ihr euch auch am besten orientieren. Ich habe euch natürlich wieder alles schön langsam einzeln gezeigt, denn die Quest für die Umbral Armor ist ziemlich, ja, tricky würde ich jetzt einfach mal sagen, ist ein bisschen komisch gemacht. Auf jeden Fall starten wir hier vom Lastenaufzug und gehen hier hinten durch die Tür, wenn ihr die schon aufgemacht habt, ansonsten geht ihr den Weg andersrum durch die Tiefen, um eben hier von dem Aufzugbereich aus zu starten. Holen uns den Aufzug, fahren einmal runter und wenn wir unten sind, dann geht es halt hier einmal rechts um die Ecke, die Leiter nach oben. Und Freunde, ganz wichtig, zündet hier keine diese Statuen an, denn darum geht es hier in dieser Quest, ihr müsst die Statuen in der richtigen Reihenfolge anzünden. Also zündet hier keine Statuen auf dem Weg an, ganz wichtig, dass ihr das beachtet. Hier ist dann nämlich diese Hauptstatue, die wir einmal benutzen müssen, indem wir hier die Geste Umarmung der Mutter machen. Also das hier einmal benutzen und ihr hört dann einen kleinen Sound, was euch sagt, dass die Quest quasi damit begonnen hat. Wenn wir das also erledigt haben, geht es darum, die Statuen, diese kleinen Leuchtfeuer in einer gewissen Reihenfolge anzuzünden. Und genau das machen wir jetzt, nämlich wir gehen von der Statue aus links zurück, quasi ganz am Anfang von den Tiefen. Und da starten wir dann in der richtigen Reihenfolge, die Fackeln anzuzünden. Und wie gesagt, lauft erstmal ganz zurück, macht am besten hier alle Gegner noch platt, die euch so im Weg stehen, denn die nerven sonst einfach nur. Hier gibt es ja diese verschiedenen Statuen und wir laufen halt hier erstmal zurück und jetzt zünden wir gleich die erste Statue an. Drei Rätsel gibt es insgesamt zu lösen, also gehen wir hier zuerst mal an den Anfang zurück, klettern hier die Leiter nach oben. Und da finden wir dann die erste Statue, die wir anzünden müssen. Hier ist sie und die machen wir einmal an. Ist also so ein sitzender Knilch, den wir hier mit Feuer anzünden können und dann wird die Flamme rot. Wenn wir das in der richtigen Reihenfolge machen, färbt sich die Flamme blau. Deswegen gehen wir jetzt einmal ganz zurück, hier direkt an den Anfang. Hier ist dann nämlich noch einer. Den zünden wir jetzt an und ja, dann gehen wir zum nächsten. Es sind immer drei Statuen, die ihr in der richtigen Reihenfolge anmachen müsst, um die Flamme dann blau zu färben. Und das sind immer drei unterschiedliche quasi. Ihr müsst immer drei unterschiedliche finden, um die Flamme eben blau zu färben. Gehen wir hier wieder zurück. Zwei Stück haben wir ja jetzt schon und jetzt schauen wir, dass wir noch die dritte finden. Das ist nicht diese hier. Auf keinen Fall die anzünden, weil sonst müsst ihr nochmal von vorne starten. Wir gehen einmal hier rüber und hier können wir ja in die Umbralwelt wechseln. Jetzt bin ich hier leider ein bisschen runtergefallen, also nochmal komplett nach oben. Und von dort oben aus könnt ihr ja in die Umbralwelt wechseln, um auf die andere Seite zu kommen. Ich muss gerade nochmal hier hochlaufen eben. So, zack, von hier aus können wir dann in die Umbralwelt wechseln. Also einmal gewechselt, zack, und dann können wir nämlich einmal hier rüber springen und auf die andere Seite kommen. Da ist nämlich dann, ja, die nächste Statue. Hier haben wir schon alle Gegner platt gemacht und hier ist die dritte Statue und wenn ihr die jetzt anzündet, hört ihr wieder ein gewisses Geräusch und alle Flammen, die ihr jetzt sofort angezündet habt, die sind jetzt eben blau und färben sich in ein blaues Feuer. Damit haben wir die ersten Rätsel schon gemacht. Gehen wir weiter zum zweiten Rätsel. Wechselt euch hier am besten nochmal in die normale Welt und dann gehen wir weiter zum zweiten Rätsel und müssen wieder drei Statuen in der richtigen Reihenfolge anzünden. Wenn ihr von hier oben aus startet, geht am besten hier hinten runter. Könnt natürlich auch einfach runterspringen, aber hier die Leiter ist natürlich der elegantere Weg und da gehen wir einmal hier runter. Achtung, da sitzt noch so ein Kobold an der Decke, den klatschen wir eben einmal um. Gehen hier weiter raus und dann jetzt linke Hand und einmal komplett durch an der Statue quasi vorbei, wo wir unsere Quest gestartet haben. Einmal komplett lang und ja, dann gehen wir hier runter und hier oben ist halt eben der erste zum Anzünden. Den klicken wir jetzt einmal an, zack, genau hier in dieser Welt, wo wir eben gerade drüber gesprungen sind quasi. Und jetzt gehen wir zurück zu der Statue, wo wir die Geste benutzt haben. Hier in dieser Statue, dann dort vorbei. Einfach weiter geradeaus und hier den linken Weg entlang. Und hier an der Ecke, an der Kante, da ist dann die nächste Statue. Den zünden wir dann einmal an. Das wäre dann die zweite und dann gehen wir wieder komplett zurück, nämlich ganz relativ am Anfang. Da war dann noch eine dritte Statue, die wir anzünden können, um die zweite Quest dann auch zu erledigen. Hier war also die erste, da vorne die zweite und die dritte ist dann eben hier oben. Wie gesagt, Reihenfolge ist wichtig, damit sie dann entsprechend auch blau leuchten. Also einmal hier zurück. Hier hatten wir uns ja in die Umbralwelt teleportiert. Hier links oben, da ist dann noch die dritte Statue. Einmal anklicken und dann sollte sich auch das Feuer wieder blau leuchten, wenn ihr alles richtig gemacht habt. So, weiter geht es jetzt zum dritten Quest. Und zwar starten wir dann wieder genau von der Statue aus hier, wo wir eben das Feuer angemacht haben. Und dann geht es einmal wieder zurück. Ja, der letzte ist ein bisschen tricky, muss ich sagen, weil es da so eine Sprungpassage gibt, die ich persönlich zum kurzen finde. Na ja, gehen wir erstmal zurück, wieder in Richtung der Statue, wo wir unsere Geste gemacht haben. Ganz am Anfang, da hat einmal dran vorbei und dann Richtung Aufzug. Also hier wieder links runter. Das war ja, das haben wir jetzt schon erledigt. Einmal komplett durch, dann hier links entlang und dann hier runter zum Aufzug. Könnt ihr natürlich hier runter jumpen, kein Thema. Und vom Aufzug aus starten wir dann hier in Richtung nach links und hier einmal weiter gehen. Und da können wir dann gleich die nächste Statue anmachen. Also erstmal komplett durch an dieser Statue hier vorbei und dann hier runter zu dem Bordest. Hier geht es ja rechts die Leiter runter. Da sitzt so ein Dude vor der Leiter. Den hauen wir eben nur ein und mit unserem Hammer in den Rücken. Und dann klettern wir hier die Leiter runter. So, und hier unten ist dann die erste Statue vom dritten, ja, dritten Quest sozusagen, vom dritten Puzzle. Und da machen wir jetzt hier erstmal alle Gegner fresh. So weit, so gut. Und dann können wir uns die nächste Fackel holen. Und zwar ist die genau hier links neben der Leiter, also genau hier in der Ecke, bisschen versteckt. Die zünden wir dann einmal wieder an und gehen die Leiter wieder nach oben. So, von hier oben aus können wir dann nämlich weitermachen und die zweite Statue anzünden. Also einmal wieder zurück und hier drüben, da können wir dann die Fackel erleuchten, nämlich hier links in der Ecke. Die machen wir jetzt auch an und damit haben wir schon zwei von drei. Und die dritte ist ziemlich eklig, muss ich sagen. Und hat mich auch echt Nerven gekostet, weil er manchmal hier einfach nicht so richtig springt. Also wechseln wir einmal in die Umbral-Welt und ihr könnt es schon erahnen, wir müssen einmal hier rüberspringen. Schießt also die Dudes hier drüben alle mal ab und dann fallen die da runter. Das ist perfekt. Und von hier aus müssen wir halt da rüberspringen, da wo es auch noch das Umbral-Auge gibt. Also einmal hier rüberjumpen, da auf die Plattform. Passt auf, dass ihr wirklich frühzeitig abspringt, dann passt das. Ich bin tatsächlich auch ein paar Mal in Abgrund gesprungen, aber naja. Von hier aus könnt ihr dann hier rüberspringen, da wo es auch das Umbral-Auge gibt. Falls ihr das noch nicht habt, nehmt euch das auf jeden Fall mal mit und schnappt euch das Ding hier. Zack, einmal rausgezogen, nehmen wir einmal mit. Und von hier aus können wir dann hier noch eins runtergehen. Und da ist dann die dritte Statue, die wir anzünden. Somit haben wir die Quest quasi schon abgeschlossen und können uns jetzt die Umbral-Rüstung holen. Wir haben jetzt hier alle Statuen angezündet, drei Stück, also drei Puzzles gelöst. Insgesamt neun Statuen oder Fackeln sind das, wie auch immer ihr es nennen mögt. Dann haben wir das hier zumindest erledigt. Jetzt gilt es natürlich darum, unsere Belohnung dafür zu holen, dass hier die Fackeln blau leuchten. Und genau das machen wir jetzt. Wir sind einfach hier also runtergesprungen vom letzten Bordest aus. Und jetzt gehen wir einfach ganz runter in die Tiefen quasi zum Boss. Und da gibt es dann die Umbral-Armor als Belohnung. Also ich zeige euch natürlich nochmal den Weg, falls ihr den noch nicht kennt oder falls ihr jetzt nicht genau wisst, wo ihr lang müsst. Am besten geht ihr erstmal kurz zurück und wechselt hier wieder in die Welt. Und dann ziehen wir einfach von hier aus komplett durch bis runter zum Leuchtfeuer, wo auch der Boss ist quasi von diesem Gebiet. Und da gibt es dann noch eine coole Sache zu holen, die auch neu ist in diesem Patch oder in diesem Update. Und ja, da gehen wir jetzt hin. Wir laufen also einmal komplett einfach hier durch bis ganz nach unten in die Tiefen bis zum Checkpoint. Hier hinten die Leiter runter. Wenn ihr das Gebiet natürlich schon gespielt habt, ist das jetzt vom Vorteil. Dann seid ihr nämlich ein bisschen schneller. Wir gehen nämlich hier entlang. Und wenn ihr jetzt links hier schon die Planke aufgestoßen habt, dann ist es natürlich perfekt. Dann könnt ihr einfach links langlaufen. Ansonsten müsst ihr hier nochmal rechts durch den Tunnel durch. Aber da bin ich optimistisch. Das schafft ihr so. Wir gehen also links hier einmal lang, wenn die Planke offen ist. Oder rechts durch den Tunnel, wenn die Planke noch nicht offen ist. Und starten dann hier durch. Da bei mir die Planke schon unten ist, gehe ich natürlich hier die linke Seite entlang. Einmal komplett durch den Tunnel durch. Und wir gehen dann natürlich ganz nach unten, um in die Tiefen zu kommen, wo eben der Bossraum ist. Da müssen wir nämlich einmal hin. Und vor dem Bossraum gibt es auch noch was zu holen. Also einmal komplett hier durchlaufen. Achtung, hier kommen ein paar, ja, etwas stärkere Gegner, sage ich mal so. Ihr könnt aber auch einfach vorbeigehen, wenn ihr das Level eh schon ein paar Mal gezockt habt. Dann geht ihr einfach hier durch und klettert hier hinten dann die Leiter nach unten. Krasse Leute, waren die natürlich auch blatt. Könnt ihr auch gerne machen, um noch ein paar Sachen zu looten. Und dann gehen wir hier weiter in diesem Bereich. Hier kommen ja jetzt noch so ein paar Gegner. Und jetzt sind wir schon fast da. Lauft hier am besten außen rum. Und dann die Treppe hier runter, die kleine Leiter, die nehmen wir jetzt nach unten. Und dann sind wir eigentlich schon fast am Ziel angekommen. Und gehen jetzt hier nochmal die Leiter runter. Zack und dann hier links entlang. Und hier ist ja dann der Checkpoint zu den Tiefen. Den können wir einmal benutzen, kurz ruhen. Und ja, wenn ihr den Checkpoint schon habt, dann könnt ihr natürlich auch einfach direkt hier hingehen. Jetzt ist hier noch ein Teil von einer anderen Quest. Den nehmen wir aber gerade noch mit vom Checkpoint aus. Nämlich gibt es jetzt hier auch noch durch das Update eine neue Statue. Die ist da hinten in der Ecke. Da können wir uns einmal in die Umbral-Welt wechseln. Und da finden wir schon eine Scherbe des Spiegels. Den nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Denn das wird noch eine wichtige Rolle spielen hier in diesem Update. Denn wir können uns dann später einen Spiegel zusammenbauen, der uns ermöglicht, unser Aussehen zu verändern. Dazu gibt es aber dann nochmal ein extra Video. Deswegen, Freunde, Abo lohnt sich auf jeden Fall. Däumchen hoch pushen auch. Und dann nehmen wir erstmal hier den Glassplitter mit. Wie gesagt, das wird noch für eine andere Quest wichtig. Zeige ich euch aber dann auch noch. Dann gehen wir hier einmal runter. Und hier in den Bossraum. Hier müsst ihr natürlich den Boss besiegen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Wenn ihr es schon gemacht habt, seid ihr jetzt eigentlich schon am Ziel. Denn hier unten gibt es dann eine neue Statue. Hier in diesem Öffnung. Da können wir die einmal rausziehen. Und da bekommen wir eben die Umbral-Rüstung. Und die schnappen wir uns natürlich einmal. Hier ist das komplette Set. Liegt jetzt hier auf dem Boden. Schnappt euch das, Freunde. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Nehmt das Ding einmal an euch. Und somit habt ihr die erste von drei Rüstungen erhalten. Alle anderen findet ihr dann natürlich zum späteren Zeitpunkt im Kanal. Klickt euch da also gerne mal rein. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal sehen. Wir rüsten das Ding hier jetzt gerade nochmal aus. Das ist hier die Rüstung von Herolds der Schlunz. Und ja, damit haben wir das erledigt, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Und macht's gut. Adios und ciao, ciao.